Ein Krakarmregal ist eine kostengünstige Alternative zu allen anderen Lagermöglichkeiten für Bleche. Das Regal kann in L- oder T-Form in jeder Höhe geliefert werden und bietet auf geringer Grundfläche maximale Lagerkapazität. Blechpakete sind komplett mit Holzpalette einlagerbar. Alle Blechformate sind möglich. Die Krakarme sind variabel im Raster von 50 mm einstellbar. Das Regal ist übersichtlich und bietet einen schnellen Zugriff sowie zusätzlichen Stauraum im Bodenbereich. Ein Krakarmregal von Apfel – die kostengünstige und platzsparende Alternative.